Stellt euch vor, ihr sitzt alleine im Auto, plappert so vor euch hin und gesteht euch selbst in einem Selbstgespräch einen gerade begangenen Mord ein. Blöd nur, dass die Polizei gerade den Innenraum eures Fahrzeuges abhört. Klingt zu kurios, um wahr zu sein? Ist aber wahr. Tatsächlich genau so passiert und das Ganze hat zu einer Verurteilung geführt. Wie die Verurteilung nachher aussah und was verwendet werden durfte von den Beweisen, die die Polizei bei diesem Selbstgespräch aufgenommen hat, das zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke. Und lasst gern ein Abonnement für diesen Kanal da, falls euch Rechtsfragen interessieren. Und auch wenn ihr gerne Selbstgespräche führt, könnt ihr natürlich selbstverständlich ein Abo dalassen. Selbstgespräche hat jedenfalls ein 46-jähriger Mann mit sich selbst logischerweise in einem Auto geführt, der verdächtigt wurde, mit seiner Schwester zusammen und seinem Schwager, also dem Mann der Schwester, seine Exfrau umgebracht zu haben. Es ging in der Sache darum, dass er irgendwie das Sorgerecht für das Kind haben wollte. Das war so grob die Idee, warum man die Exfrau umbringen musste. So, jetzt war es allerdings Dumas so, er hat das Selbstgespräch im Auto geführt und die Selbstgespräche will ich euch gerne vorlesen. Ja, das Selbstgespräch lief wie folgt. Die ist schon lange tot, die wird auch nicht wieder. Kannst du natürlich nicht sagen. Ein Satz. Oh, I kill her. Oh, yes, yes. And this is my problem. Zweites Selbstgespräch. Drittes Selbstgespräch. Ich würde mal sagen, es wird jetzt wohl so sein, dass die Polizei mal auf eure Truppe kommt. Drittes Selbstgespräch. Langweilig, der das Gehirn rausprügeln. Kann ich dir sagen, jo, und weg damit. Werd auch keine mehr wegknallen. Nö, Irmi, wir haben sie tot gemacht. Also ziemlich krass, muss ich sagen. Klingt natürlich irgendwie skurril, aber genau das hat die Polizei aufgenommen und dieses, wir haben sie tot gemacht, war für Polizei und Staatsanwaltschaft der Grund, dass man gesagt hat, okay, eine Leiche haben wir hier zwar nie gefunden, aber die Frau war weg. Und es gab einen Mordprozess vor dem Landgericht Köln und es gab nichts, keine Leiche, es gab nur so einen Verdacht, der könnte wegen des Kindes eben die Frau umgebracht haben. Und er wurde verurteilt wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen. Seine Schwester und der Schwager wurden auch noch als Mittäter entsprechend verurteilt. Und man hat gesagt, naja, er hat es ja gestanden. Er hat gesagt, wir haben sie umgebracht. Wir haben sie tot gemacht. Alle Angeklagten legten dagegen Revision zum Bundesgerichtshof ein und der hat die Sache etwas anders gesehen als noch das Landgericht in Köln. Da war es so, dass man zwar grundsätzlich sagen kann, so auch der Bundesgerichtshof, dass man nach § 244 Absatz 2 Strafprozessordnung auf alle Beweise, die so vorliegen, zurückgreifen kann als Richter in einem Strafprozess, weil man ja dort auch von Amts wegen alle Tatsachen berücksichtigen und erforschen muss. Aber der Bundesgerichtshof hat gesagt, das nicht öffentlich geführte Selbstgespräch, das unterliegt im vorliegenden Fall einem selbstständigen Beweisverwertungsverbot von Verfassungswegen. Also es gibt gewisse Beweisverwertungsverbote, Beweise, die nicht verwertet werden dürfen. Illegal gewonnene Beweise können manchmal nicht verwertet werden. Aber das steht eben nicht drin, dass man ein Selbstgespräch nicht verwerten kann. Aber der Bundesgerichtshof sagt, das muss auch gar nicht irgendwie in der Strafprozessordnung drinstehen. Das steht im Grundgesetz schon drin. Das ist der Kernbereich der Persönlichkeitsrechtsentfaltung, der Persönlichkeitsentfaltung, dass man auch mal mit sich selbst ein Gespräch führen darf. Man ein lockeres Pläuschchen mit sich führen darf, man ein bisschen so durch die Gegend quatschen darf, meint der BGH. Wenn das nun nicht mehr möglich ist und ich dabei abgehört werde, dann kann man ehrlicherweise das auch nicht verwerten. Denn ein Selbstgespräch ist von vornherein nicht dazu bestimmt, von anderen zur Kenntnis genommen zu werden. Dieses Selbstgespräch wird dem Kernbereich des Persönlichkeitsrechts zugeordnet. Ziemlich krass. Also es ging ja auch immerhin um Mord, der hier geplant sein soll. Und da sagt der BGH, die Eindimensionalität der Selbstkommunikation, die mögliche Unbewusstheit der Äußerung, die Identität der Äußerung mit den inneren Gedanken und gegebenenfalls deren bruchstückhafter Charakter sind zu berücksichtigen. Und ganz maßgeblich war, dass der Mann hier im Pkw im Auto saß und man dort, so ein Auto sehen ja viele von euch auch als einen Rückzugsort an. Wenn man mal seine Ruhe haben will, fährt man mal ein paar Mal um den Block. So hat es ernsthafterweise der BGH gesehen. Wenn das Auto geht, wenn man seine Ruhe haben will, wäre ich persönlich nicht so drauf gekommen. Aber natürlich, wenn ich Auto fahre und alleine bin, höre ich Radio, höre einen Podcast und komme auch zur Ruhe. Das stimmt natürlich. Also da will ich den Jungs vom BGH in Karlsruhe auch tatsächlich dann mal Recht geben. Das passt schon alles. Jetzt war es sozusagen so, dass die Aufnahme der Polizei ursprünglich rechtmäßig angeordnet worden ist. Die wollten gucken, telefonierte da mit irgendjemandem. Das alles, okay, der sollte da quasi abgehört werden. Das ist in Ordnung. Das war die Beweiserhebung. Die war in Ordnung. Das heißt, die Beweise sind erstmal korrekt erhoben worden. Aber jetzt reden wir von der Beweisverwertung. Darf ich diese Beweise wirklich verwerten? Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, kann man nicht verwerten. Ist zu tief in die persönliche Lebensgeschaltung, privater Bereich. Was ich jetzt spannend fand, das habe ich echt extra nachrecherchiert. Ich hatte so im Kopf, Moment mal, man darf ja Tagebücher als Beweise verwerten. Wie kann das denn passen? Ist ein Tagebuch nicht genauso intim? Also erstmal ist es so, Tagebücher dürfen nicht immer verwertet werden, nur bei bestimmten Straftaten, bei schweren Straftaten. Das hat der BGH in seiner zweiten sogenannten Tagebuchentscheidung festgelegt. Gehören der Intimsphäre. Und er sagt aber auch, dass Aufzeichnungen in Tagebüchern, die unmittelbaren Bezug zur Straftat haben, eben nicht zur Intimsphäre zählen. Man hat also die Straftat aufgeschrieben und das zählt nicht zur Intimsphäre. Und dann darf das zur Aufklärung im Sprafprozess verwendet werden. Aber die haben das auch noch im Detail begründet. Die sagen, naja, so ein Tagebuch liegt irgendwo rum und man kann schon davon ausgehen, man schreibt es nieder. Vielleicht, um es doch mal irgendjemandem zu zeigen. Aber es ist erstmal irgendwo niedergeschrieben. Die Chance, dass das mal jemand sieht, ist höher und deswegen können wir es jetzt auch verwenden. Bei einem Selbstgespräch, da ist man so in sich und mit sich. Das ist der Kern des Lebens. Da darf der Staat nicht einfach reingreifen und sich das rausholen. Oh, das kann man auch anders sehen, muss ich sagen. Wenn man sagt, man darf Tagebücher verwerten, könnte man auch sagen, naja, dann kann man auch ein Selbstgespräch verwerten. Aber klar, ein Selbstgespräch im Auto, wo man überhaupt nicht die Chance sieht, dass das jemand noch hören könnte. Das könnte man beim Tagebuch schon anders sehen. Aber ehrlicherweise, diejenigen, die Tagebuch schreiben, habe ich mal als Kind gemacht, aber ehrlicherweise auch nur ein paar Tage. Man weiß von mir das Schreiben, glaube ich, so viel. Und auch da denkt man ja nicht, dass das jemand sehen soll. Aber da ist natürlich die Chance da, weil es irgendwo steht. Naja. Fakt ist, BGH sagt Beweisverwertungsverbot im vorliegenden Fall. Jetzt war das nur noch ein Indizienprozess. Landgericht Köln musste dann wieder entscheiden. Und jetzt ist ein kurioses Urteil rausgekommen. Der Ehemann der Frau ist wirklich wegen Mordes trotzdem verurteilt worden, obwohl das Selbstgespräch nicht verwertet werden konnte. Warum? Weil er das Schloss der Wohnung ausgetauscht hatte. Ja, richtig gehört. Er hatte ohne Grund das Schloss austauschen lassen der Wohnung, um sich einen Zweitschlüssel zu seiner Ex zu schaffen. Und da hat man gesagt, warum sollte man das tun? Und das war dann irgendwie Indizien genug dafür, dass er wegen Mordes verurteilt werden konnte, obwohl die Leiche nicht gefunden worden ist. Allerdings seine Schwester und sein Schwager, die sind freigesprochen worden. Glück gehabt. Ansonsten wären sie verurteilt worden, weil das Selbstgespräch nach Meinung des Landgerichts Kölns schon hätte verwertet werden können. Klappt nicht, sagt aber der Bundesgerichtshof. Und der hat das letzte Wort in solchen Sachen. Das letzte Wort hier bezogen auf das YouTube-Video, ob es euch gefallen hat oder nicht, habt ihr. Lasst gerne ein Abo da oder einen Daumen nach oben, je nachdem, wie es gerade beliebt, falls euch das Video gefallen hat und wenn ihr mehr davon wollt, von solchen juristischen Videos. Und ansonsten, ja, sehen wir uns morgen schon wieder. Wer sich die Zeit bis dahin überbrücken will, habt jetzt noch die Gelegenheit, hier zwei weitere Videos und solltet ihr selbst Mord begangen haben, ruft mich an 0, 2, 2, 1, 400, 6, 7, 5, 5, 0 und wir sehen zu, ob euch aus der Patsche wieder raushelfen können. Scherz beiseite, wir haben auch Strafrecht, Mord und Totschlag würde ich dann eher an befreundete Kollegen abgeben, aber Strafrecht und Urheberrechtsverstöße haben wir natürlich on mass hier. Danke fürs Zuschauen, schönen Abend noch, bis morgen.